Gabriel Kelly konnte sich mit seiner Tanzpartnerin Malika Chumev den Sieg bei Let's Dance sichern, und damit den Titel Dancing Star 2024. Was für ein Erfolg für den Sohn von Angelo Kelly. Der 22-Jährige hat während den Live-Shows immer wieder betont, dass er mit dem Tanzen weitermachen möchte. Kurz nach dem Finale erklärt er, dass auch Malika dabei eine Rolle spielen wird. So verrät Gabriel Kelly, dass er Privatstunden bei seiner Let's Dance Partnerin nehmen will. Dafür müsste der in Warnemünde lebende Musiker auf jeden Fall öfter nach Bremen reisen. Denn dort lebt Malika mit ihrem Freund Zolzandor Tschecke. Ich weiß, das wird viel kosten, aber die ganze Let's Dance Gage werde ich dafür ausgeben. Erklärt er gegenüber RTL-Moderatorin Frauke Ludowig kurz nach dem Let's Dance Finale. Ob das so ernst gemeint ist, bleibt zu bezweifeln. Dass er mit Malika aber weiter tanzen will nicht. Denn genau wie die zweitplatzierten Jana Vosnitsa und Vadim Gabusov und die drittplatzierten Detlef Soest und Ekaterina Leonova, wird das Tanzduo bei der großen Let's Dance, die Live-Tournee 2024 mit dabei sein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017